Sie wollen frischen Wind in Sachen Softwareanbieter? Auf softwarevergleich.de können Sie schnell und einfach führende HR-Softwareanbieter miteinander vergleichen. Mit unserem brandneuen Softwarevergleich Newsletter erhalten Sie exklusive Updates direkt in Ihr Postfach. Jetzt anmelden unter softwarevergleich.de slash Newsletter. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu unserem Podcast Neues Lernen. Heute mit einer weiteren Folge des Formats Die Lernreise. Und wir freuen uns sehr, dass Magdalena Neuner dafür nochmal zu Gast ist. Wer unseren Podcast regelmäßig hört, weiß, dass sie schon mal zu Gast war, nämlich in einem Podcast zum Thema Leistungskultur mit Christopher Spall. Aber heute haben wir gar keinen thematischen Zugang, sondern es geht wie immer bei der Lernreise um ihr Leben, ihre Lernstation, die Erfahrung, die sie natürlich auch im Profisport als Biathletin gemacht hat, aber auch darum, wie es heute so weitergeht. Und für die Lernreise suchen wir uns ja eigentlich immer Menschen, die außerhalb der Lernwelt sind, die jetzt nicht konkret irgendeinen bestimmten Bezug haben. Wir haben dann aber im Gespräch mit Magdalena festgestellt, dass es da durchaus einen Bezug gibt, weil sie heute auch als Resilienztrainerin unter anderem arbeitet. Und weil sie auch viel davon erzählt hat, wie sie mit ihrem Coach zusammen während ihrer Leistungssportkarriere und auch danach gearbeitet hat. Ja, sie ist das beste Beispiel für lebenslanges Lernen. Und für alle, die Magdalena Neuner vielleicht nicht kennen, für mich als Biathlon-Fan eigentlich undenkbar. Sie ist eine der besten Biathletinnen aller Zeiten. Sie hat Weltmeister- und Olympia-Medaillen eingesammelt und damals gemacht, was relativ selten ist, nämlich am Zenit ihre Karriere mit 25 Jahren hat sie dann aufgehört mit dem Biathlonsport. Ich hatte dieses Gespräch mit meinem Mentaltrainer, so als ich mich entschieden hatte aufzuhören, und das war ja schon einige Zeit vorher, hat er zu mir gesagt, wir müssen jetzt einen Plan machen. Wir müssen jetzt gucken, was kommt danach. Und da haben wir uns dann ganz viel aufgeschrieben. Ich habe mir überlegt, was kann ich denn, was könnte ich denn so machen, was würde mir Spaß machen. Hier habe ich alles aufgeschrieben. Ich habe so Mindmap mit ganz verschiedenen Wegen und Optionen. Das war auch immer so ein wichtiger Leitspruch. Es gibt nicht nur den einen richtigen Weg. Ich habe auch jetzt erst so ein bisschen herausgefunden, was ich sonst noch will außer dem Sport. Und jetzt hatte ich vorher eigentlich eine Mega-Idee für eine Überleitung, aber sie ist ein bisschen abplakativ und wurde mir fast wieder ausgeredet. Man muss ja sagen, wir haben heute wieder Selberin dabei, wenn wir zum Podcaststudio uns immer kritisch zuhören. Und da wollte ich nicht, dass du sagst, und so schnell wie Lena in der Läupe war, gehen wir jetzt ins Gespräch. Aber ich finde es überragend. Und das stimmt, sie war wirklich immer eine der schnellsten, dann nochmal auf der Strecke und konnte auch mal Fehlrunden wieder ausgleichen. Darüber sprechen wir auch im Gespräch und insofern sagen wir gar nicht mehr viel. Genau, wir sagen jetzt am besten wirklich nur noch ab ins Gespräch. Also herzlich willkommen, liebe Magdalena. Wir freuen uns, dass du nochmal bei uns zu Gast bist. Du warst schon da für den Podcast zum Thema Leistung mit Christopher Spall. Und heute geht es gar nicht genuin um Leistung, natürlich irgendwie schon auch, weil du Leistungssportlerin warst, aber es geht viel mehr um deinen Werdegang, um deine Lern- und Lebenserfahrung im Spitzensport und natürlich bis heute. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und ich freue mich auch, dass ich heute dabei sein darf. Ich habe mich auskuriert, klinge nicht mehr so nasal und kann wieder mitmachen. Genau, wir fangen gleich natürlich mit dem wichtigsten Teil in deinem Leben an. Du bist eine der erfolgreichsten Biathletinnen aller Zeiten. Welche Rolle spielt denn eigentlich heute der Biathlonsport in deinem Leben? Tatsächlich hat der Biathlonsport gar keine so große Rolle mehr in meinem Leben. Ich bin da manchmal irgendwie, es fühlt sich manchmal an, als wäre es ein anderes Leben gewesen. Also wenn man das so sagen kann. Und ich habe tatsächlich vor kurzem mal ein Interview von jemandem gehört, der das auch so gesagt hat. Und ich war ganz beruhigt, weil ich immer gedacht habe, das ist komisch, dass ich das so empfinde. Aber es ist einfach ein super intensiver Lebensabschnitt für mich gewesen in Biathlon. Ein super, super schöner, ein extrem lehrreicher, ein sehr erfolgreicher. Ich bin sehr dankbar dafür und sehr wertschätzend. Ja, mittlerweile habe ich drei Kinder. Auch beruflich bin ich eingespannt, aber da hat das Allerwenigste mit Biathlon per se zu tun. Das füllt so viel in meinem Leben aus, dass natürlich Biathlon nicht mehr diesen großen Platz hat oder diesen großen Stellenwert. Und trotzdem bin ich immer noch begeistert. Also ich liebe diesen Sport. Ich bin auch immer noch, wenn ich darüber nachdenke, was hätte ich denn sonst so in meinem Leben gemacht? Oder was wäre denn so ein Plan B gewesen? Den gab es nicht. Also es war mein Traumberuf. Ich glaube, ich war auch einfach dafür gemacht. Das war für mich so meine Bestimmung, Biathlätin zu sein für diese Zeit. Und ich glaube, ich habe das Beste draus gemacht. Und jetzt sind andere Dinge wichtig. Wobei, wenn vielleicht meine Kinder selbst mal irgendwie Lust haben, Biathlon zu machen, werde ich da wahrscheinlich wieder mehr einsteigen. Mal schauen. Du hast gesagt, es war irgendwie deine Bestimmung, dein Traum. Was hat dich denn so fasziniert an diesem Sport? Also ich habe mich immer schon gern bewegt als Kind. Das war, glaube ich, so der Grundstock für das Ganze. Ich habe es immer schon geliebt, draußen zu sein, in der Natur zu sein, zu laufen. Ich hatte viele Jungs als Freunde. Das war irgendwie, das ist auch heute noch so, dass ich irgendwie mich mit Jungs oder mit Männern gut verstehe. Freundschaftlich, auch sportlich gesehen, mich da immer so ein bisschen challengen wollte. Auch als Kind schon immer so diesen Vergleich gesucht habe. Ja, da hatten wir meine Clique sozusagen. Wir haben gemeinsam beim Skiclub-Training, beim Langlauf angefangen. Wir haben dann zum ersten Mal gemeinsam Biathlon probiert. Und ich habe einfach gemerkt, das ist es für mich einfach. Das hat mich geflasht eigentlich. Das war so mein Sport. Ich habe einfach ab dem ersten Moment gemerkt, dass es genau das ist, was ich machen will. Und ich glaube, so ein Moment, der mich dann wahrscheinlich zu dem gebracht hat, wo ich dann beruflich hingegangen bin, war 1998 die Olympischen Spiele in Nagano. Die durfte ich morgens an meinem Geburtstag angucken vor der Schule noch. Und da habe ich dann Uschi Diesel gesehen, wie die Bronze geholt hat. Und für mich war das ein Moment, wo ich gedacht habe, ja, also genau das ist es. Genau das mache ich später mal. Und das war für mich komplett klar. Viele um mich herum, wahrscheinlich meine Eltern und natürlich auch die Lehrer und alle, die das so mitbekommen haben, die haben sich gedacht, naja, ist das ein vernünftiger Berufswunsch. Aber für mich war das einfach. Ich habe das gespürt, das ist genau meins. Und diesen Weg habe ich dann ja auch verfolgt. Und ich glaube, es war gut, da dran zu bleiben. Welche Rolle hat denn dann deine Familie noch gespielt? Also haben sie das dann wirklich von Anfang an unterstützt, als sie gemerkt haben, das scheint echt was dahinter zu sein? Nicht nur so einen kleinen Kinderwunsch oder so? Absolut, zu 100 Prozent. Also meine Eltern, die sind selber sehr Wintersport begeistert. Meine Mama ist auch sehr gut lang gelaufen früher. Und bei uns in der Familie hatte das immer schon einen Stellenwert. Also sonst hätte ich wahrscheinlich nicht vor der Schule schon Olympische Spiele gucken dürfen, wenn das nicht bei uns einfach auch so dazugehört hätte. Ja, also die Begeisterung war bei der ganzen Familie spürbar. Meine Eltern haben das wirklich 100 Prozent unterstützt. Und jetzt im Nachhinein gesehen, bin ich so dankbar, weil ich jetzt weiß, wie nicht selbstverständlich es damals war. Also wir waren jetzt eigentlich finanziell normal situiert, jetzt nicht übermäßig. Wir sind vier Kinder, also ist jetzt nicht so, dass die Voraussetzungen ganz, ganz toll waren. Aber meine Eltern haben, ohne auch nur einmal zu sagen, dass es nicht geht, mich da unterstützt, jeden Wettkampf mich dort irgendwie hingebracht, mir Stadtgeld bezahlt, mir Material gekauft. Also ohne das wäre es sowieso nicht möglich, als Kind diesen Sport zu machen. Also ohne die Eltern geht es nicht. Jetzt hast du vorhin auch schon kurz deine Lehrer erwähnt. Und welche Rolle hat denn dann überhaupt noch Schule und Ausbildung für dich gespielt, wenn du gesagt hast, du hast von Anfang an eigentlich auf die Karte Leistungssport gesetzt? Ja, tatsächlich habe ich da ein bisschen Abstriche dann gemacht, was die Schule angeht. Ich war eine sehr gute Schülerin, hätte auch ziemlich leicht den Gymnasiumsübertritt geschafft mit lauter einzelnen Zeugnis. Aber für mich war es wirklich so, dass auch meine Eltern, ich kann mich noch gut erinnern an dieses Gespräch, wo wir uns darüber unterhalten haben, was es bedeutet, ins Gymnasium oder auf die Realschule zu gehen und was es für mich auch mit dem Sport und mit dem Training bedeutet. Und da war ich eigentlich schon ganz früh so, dass ich gesagt habe, naja, aber dann kann ich ja nicht mehr so viel trainieren. Und das ist für mich aber schon sehr wichtig. Und habe mich dann für die Realschule entschieden, immer so ein bisschen mit dem Wissen, naja, Abitur kann ich ja dann immer noch machen, wenn es doch nicht klappt mit dem Sport. Aber es ging dann so steil bergauf. Ich war mit 16 schon Profi-Biathletin und das wäre für mich anders schulisch nicht möglich gewesen. Ich war auch nicht auf einer Sportschule. Also ich war auf einer Kloster-Mädchenschule, 1200 Mädchen. Wir hatten zwar schon, es gab so die ersten Züge dieser Partnerschule des Sports, aber im Endeffekt musste ich halt gucken, wie ich das mache mit Training und war auch Donnerstag, Freitag häufig nicht in der Schule im Winter. Ich musste das dann irgendwie nacharbeiten. Es hat früher bedeutet, dass man sich die Aufgaben faxen ließ in dem Hotel. Also da gab es auch noch kein E-Mail. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Und dann habe ich immer dieses Fax bekommen. Dann musste ich das immer über das Wochenende abarbeiten. Und es gab dann natürlich auch Lehrer, die am Montag mich dann trotzdem ausgefragt haben, weil sie jetzt vielleicht nicht so begeistert darüber waren, dass jemand Donnerstag und Freitag halt im Winter nie in die Schule kommt. Also ja, ich habe da für mich einen ganz guten Weg gefunden. Ich bin dann zum Zoll gegangen, war dann Zollbeamtin mit 16. Profisportlerin. Habe elfmal die Woche trainiert ab diesem Zeitpunkt. Habe dann parallel eine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht. Es gab da so ein Angebot, das Olympiostützpunkt für Sportler, das in so einer Art halb-halb, also Präsenz- und Fernunterricht zu machen. Habe dann erst viel später, also jetzt erst die letzten zwei Jahre nochmal ein paar Ausbildungen gemacht, weil ich gemerkt habe, ich bin wissbegierig. Ich will immer irgendwie was Neues. Und ich habe auch jetzt erst so ein bisschen herausgefunden, was ich sonst noch will außer dem Sport. Da drängt sich die Frage auf, was ist es? Christina grinst mich schon an. Wollte ich jetzt so ein bisschen noch so geheimnisvoll machen. Also ich habe tatsächlich fast fertig meine Ausbildung in Gastronomie-Management. Ich wollte einfach mal so ganz was anderes machen. Dann bin ich jetzt mittlerweile ausgebildet der Resilienztrainerin und Fachkraft für Stressmanagement und habe eine Ausbildung als Fachkraft für Zeit- und Selbstmanagement noch gemacht. Das waren so kleinere Ausbildungen mit, weiß ich nicht, 50-Stunden-Einheiten. Aber ich brauche das immer mal wieder, so einen neuen Input. Mich einfach mal wieder mit neuen Dingen zu beschäftigen. Auch so diese mentalen Themen interessieren mich sehr. Die Coaching-Ausbildung wäre für mich noch ein ganz großes Thema. Ist aber gerade mit den Kindern in dem Alter ein bisschen schwierig noch. Aber ja, also ich glaube, Ausbildung kann man immer machen und hört vielleicht auch nie auf. Also so sehe ich das für mich. Also ich bin erst jetzt so richtig bereit für diese ganzen Ausbildungen, habe ich das Gefühl. Das ist herrlich. Wir schreiben ja immer über lebenslanges Lernen. Ja. Und das ist gelebtes Leben. Lebenslanges Lernen. Ich finde das so toll und mir macht das auch riesig Spaß. Jetzt hattest du eben schon so angerissen, klar, der Leistungssport, der nimmt sehr, sehr viel Zeit und Raum ein. Wir hatten es gerade von der Schule. Wie sieht es denn sonst aus mit dem Privatleben? Also von außen habe ich immer gedacht, krass, wie die Athleten ihr ganzes Leben darauf ausrichten. Also die ganzen Trainingszeiten, Ernährung, Urlaub, alles wird darauf ausgerichtet. Ist das wirklich auch so? Ja, das ist 100 Prozent so. Also im Endeffekt war mir das eigentlich als Sportler nie so bewusst, aber dein komplettes Umfeld muss sich nach dir richten. Und das ist einfach so. Also auch dein Partner, deine Familie, deine Freunde müssen immer fragen, wann du Zeit hast. Es ist eigentlich nie umgekehrt. Im Nachhinein tut mir das häufig sehr leid. Also auch meinem Mann jetzt gegenüber. Ich war damals mit ihm schon zusammen und ich habe immer nie verstanden, warum er für mich da kein Verständnis hat manchmal. Also ich glaube, er hat es eh schon ganz gut gemanagt, aber als Sportler ist man schon sehr in seiner Welt und erwartet schon auch viel von seinem Umfeld. Und du hast deine festgelegten Trainingspläne, die bekommst du Sonntagabend und du weißt eigentlich schon, was du das ganze Jahr machst. Du weißt, dass du von 29. März bis 29. April Urlaub hast. Diese vier Wochen im Jahr sind dein fester Urlaub. Du weißt, dass du im Jahr circa sechs Monate nicht zu Hause bist, sondern in Hotels lebst. Also es ist eine sehr vorgegebene Sache, aber es hat mir auch eigentlich nie was ausgemacht. Und wie hast du es dann geschafft, da auch mental stark zu bleiben? Eben du warst ja mit 16 trotzdem noch super jung und dann so viel unterwegs, so viel Leistungsdruck, der sich ja dann auch immer stärker ausgeprägt hat, je erfolgreicher das Ganze wurde. Oder wie bist du damit umgegangen? Ich hatte das Riesenglück, sehr schnell zu verstehen, dass ich jemanden brauche, der mich da unterstützt. Das war, glaube ich, so das größte Glück, dass ich hatte. Und ich hatte das Glück, dass mein damaliger Trainer jemanden kannte, wo er gedacht hat, das könnte vielleicht was für mich sein. Also er hat ihn kennengelernt aus einem ganz anderen Kontext, kam dann mit diesem Mentaltrainer ins Gespräch und hat gemeint, ich habe da so eine junge Sportlerin, die ist schon recht erfolgreich, die bräuchte vielleicht mal Unterstützung. Und als ich dann das erste Mal Weltmeisterin wurde in Antholz, da habe ich schon gemerkt, es überfordert mich. Also es war mir zu viel. Ich habe gemerkt, die ganzen Leute, die ganzen Anfragen, völlig neue Dinge, die auf mich einprasselten und ich wusste gar nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Und natürlich war meine Familie in erster Linie eine riesengroße Stütze und trotzdem kannten sie sich in diesem Geschäft auch nicht aus. Also sie wussten auch nicht so genau, was sie mir raten sollten, wenn potenzielle Werbepartner auf mich zukommen mit ganz viel Geld und mir aber alle möglichen komischen Dinge erzählen. Also ich glaube, das ist auch für eine Familie sehr schwierig. Und ich habe dann sofort angefangen, mit dem Mentaltrainer zusammenzuarbeiten. Und das war eine meiner wichtigsten Entscheidungen eigentlich in meinem Leben. Ich arbeite jetzt seit über 15, 18 Jahren schon mit ihm zusammen. Er ist auch Unternehmenscoach, ist sehr ganzheitlich aufgestellt, also macht alles Mögliche. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt und ich wäre, glaube ich, ohne ihn mit der ganzen Sache nicht zurechtgekommen. Einfach mental. Ich hatte schon viele, viele Durchhänger und schon auch mal Momente, wo ich sehr gehadert habe und wo ich auch sehr unglücklich war. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und trotz des Erfolgs und trotzdem, dass man ja finanziell unabhängig ist und so weiter. Aber trotzdem macht einen das nicht immer sehr glücklich. Und da hatte ich wirklich großes Glück, einen super, super guten Mentaltrainer zu haben. Da würden wir wahrscheinlich später auch nochmal darauf zurückkommen, wie man dann eben auch bei Niederlagen oder solchen Durchhängern weitermacht. Aber ich hätte jetzt noch eine Frage. Kannst du uns vielleicht in so ein paar Situationen mitnehmen? Ich habe ja schon mal gesagt, ich habe viele der Rennen gesehen und es waren immer wieder ähnliche Fragen, die mir so in den Kopf kamen, wie man so einzelne Situationen aushalten kann. Also ich stelle mir vor, man kommt irgendwie beim Rennen an den Schießstand, lässt es stehen schießen. Die stärkste Konkurrentin steht direkt daneben, man weiß, jetzt kommt es drauf an. Das kann ich vielleicht auf der Runde auch nicht mehr einholen. Wie geht man damit um? Ja, es ist natürlich Trainingssache. Und der Kopf wird genauso trainiert wie der Körper. Ja, also ich habe da viel Visualisierungsübungen zum Beispiel gemacht. Also ich glaube, das kann man ganz gut greifen. Ich habe gerade bei den Olympischen Spielen sehr viel damit gearbeitet. Ich habe am Tag vor dem Wettkampf mir immer und immer wieder vorgestellt, wie es ist, diesen Wettkampf zu laufen. Und nicht nur dieses Bild, sondern ich habe es mit Gefühlen verknüpft. Also ich habe mir vorgestellt, wie fühlt es sich an, am Start zu stehen? Wie fühlt es sich an, auf der Strecke zu sein? Wie fühlt es sich an, wenn da die Konkurrentin ist? Wie ist es am Skistand, wenn die da steht und ich auch komme oder umgekehrt oder so? Ich habe verschiedene Situationen mir visuell überlegt und habe diese schon mal durchlebt, um sie auch schon mal gefühlt zu haben. Und es hat mir insofern viel geholfen, weil ich das Gefühl hatte, tatsächlich dann in diesem Moment klar damit zu sein. Also ich hatte das Gefühl, ach, das habe ich ja schon mal gemacht. Es war ein bisschen unaufgeregter. Ich hatte das Gefühl, dass es eine gewisse Routine hatte. Ah ja, hast du ja schon mal gemacht, fühlt sich so und so an, ist gut. Also da gibt es schon ganz viele Möglichkeiten, aber man muss es wirklich trainieren. Also das ist auch nicht damit getan, das einmal zu tun. Also einmal zu sagen, ich probiere das jetzt mal aus. Sondern ich habe das wirklich über viele Jahre immer wieder probiert und trainiert und auch im Training mir immer wieder vorgestellt, es steht die Konkurrentin neben mir. Also wirklich dann auch da diese Situationen geübt. Weil letztendlich hast du es ja dann nur im Wettkampf so intensiv, dass sie da steht. Und du musst halt versuchen, das vorher schon irgendwie, dich darauf einzustellen. Und ich hatte auch so eine Übung vor den Weltmeisterschaften in Ruppolding, war das für mich so eine ganz, ganz wichtige Übung. In Ruppolding sind die Zuschauer sehr nah am Piedlund-Stadion. Also du läufst, oder am Piedlund-Stand, du läufst rein und hast gefühlt die Leute irgendwie 50 Meter hinter dir. Du fühlst sie fast atmen, es ist komplett ruhig im Stadion. Und ich habe mir immer vorgestellt, ich laufe auf die Matte und um mich herum ist so ein Glasraum und ich mache die Tür hinter mir zu und es ist noch totale Stille da drin. Ich habe auch oft mit Oropax dann diese Wettkämpfe absolviert, um einfach auch dieses Gefühl zu haben wie in dieser Käseglocke. Ich habe dann gewusst, da bin nur ich und das Gewehr und die Scheibe. Und ich habe mich mit der Scheibe dann auch immer so ein bisschen unterhalten. Ich hatte dann auch so Zwiespräche, wo wir dann so Zwiegespräche geführt haben. Also klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber ich habe dann oft so Zwiegespräche mit der Scheibe geführt und haben gesagt, hey, wir sind auch echt gute Kumpels und wir kriegen das schon zusammen hin. Lass die Klappe runtergehen. Fall einfach um, komm, die Gleichheit. Ja, wenn man sich die Wettkämpfe Rupalding jetzt nochmal anguckt, die gibt es ja auch bei YouTube anzusehen. Ich glaube, ich hatte schon eine gewisse Leichtigkeit, auch am Schießstand, so eine gewisse Entspanntheit, weil ich einfach mit dieser Situation mich auseinandergesetzt habe und sie trainiert habe. Und das macht, glaube ich, schon so ein bisschen den Unterschied. Und ich glaube, was ja sicher noch dazu kam, war, dass du eben wahnsinnig laufstark warst. Also auch wenn ich zugeschaut habe, wusste ich immer, auch wenn sie jetzt einen Fehlschuss hat, sie kann es immer noch rausholen. Ich kann mich noch beruhigen. Nicht immer. Aber schon sehr häufig. Und das wäre noch die zweite Frage. Also der Druck ist ja das eine, aber wie schafft man es sich auch immer wieder zu mobilisieren? Und ich stelle mir vor, man hat schon dieses lange Rennen hinter sich und dann auf den letzten Metern muss man irgendwie nochmal so die letzten Körner rausholen, weil man sieht, irgendwie die Platzierte vor einem, die kommt doch ein bisschen näher, da ist noch was möglich. Also wo kommt da nochmal diese letzte Kraft her? Ja, ich glaube, es ist eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Also ich habe für mich festgestellt, dass ich einfach eine unglaubliche Freude daran habe, so zu fighten und zu laufen und zu kämpfen. Also ich habe das ja vorhin schon erwähnt, ich habe auch als Kind mich schon so unglaublich gerne bewegt und bin schon so gerne gelaufen. Also das hat in mir solche Kräfte freigesetzt. Also einfach diese Liebe zu dem, was ich da tun darf, das habe ich in diesem Wettkampf so sehr gespürt. Und ich bin auch extrem ehrgeizig, also ich kann nicht gut verlieren. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding. Also ich konnte es nicht ertragen, dass die dann schneller war als ich. Und ich konnte unglaublich gut über meine Grenzen gehen. Also so Schmerzempfinden konnte ich extrem ausblenden, wenn es mir so wichtig war. Wenn ich das unbedingt wollte, dann konnte ich einfach da nochmal 20 Prozent draufpacken, weil ich der Meinung war, das geht einfach. Ich habe das ein paar Mal erlebt, dass es funktioniert. Und dann wusste ich, dass es funktioniert. Und dann gab es, es war wie so ein Schalter. Ich habe dann gemerkt, oh, ich bin eigentlich schon so am Limit, aber die ist da vorne. Und ich kann es nicht ertragen, wenn sie vor mir ins Ziel kommt. Und ich weiß, dass ich diese Kraft habe. Und diese Kombination aus verschiedenen Dingen, diese Überzeugung davon, dass ich das einfach kann. Ich habe auch, das habe ich, glaube ich, einmal in einem Interview irgendwo erzählt, ich habe mir dann so ein Krafttier gesucht. Also ich habe mit meinem Mentaltrainer mal so eine Übung gemacht, wo er gesagt hat, wie fühlen Sie sich denn in einem Wettkampf? Oder können Sie sich da mit einem Tier vergleichen? Und ich habe gedacht, ich fühle mich da wie so eine Raubkatze. So, dass ich das Gefühl habe, da vorne ist diese Antilope, aber ich weiß einfach, dass ich ein paar kmh schneller bin. Und dass ich einfach diesen Fight und diesen Biss habe, sie da abzuhängen. Und wenn es dann wirklich hart auf hart kam, dann habe ich mir gedacht, so, jetzt kommt die Raubkatze in mir raus. Und ich habe so dieses Gefühl gehabt. Und dann ging es einfach mit Leichtigkeit. Das ist sehr, sehr stark. Ich fühle mich öfter mal eher wie so ein Panda. Jeder hat sein eigenes Krafttier. Also das ist doch vollkommen okay. Ich glaube, manche haben auch das Faultier in sich. Das hat mich auch sehr gerne manchmal, das Faultier. Ich bin schon total gespannt drauf. Wir wollen natürlich im Podcast oder in dem Interview drauf zu sprechen kommen, was du alles aus diesen Erfahrungen für heute ziehst. Auch ein Stück weit, was du an deine Kinder noch damit weitergeben kannst. Aber ich halte mich noch ein bisschen zurück, weil so ein paar Sachen wollen wir noch aus der Vergangenheit sozusagen klären. Mich würde jetzt noch interessieren, wenn du zurückblickst, kannst du sagen, was so dein bedeutsamster Sieg war? Und ist es dann tatsächlich so, dass man sagt, ich habe mein Ziel erreicht bei Olympia? Oder sind es dann eher eben so kleine Situationen, wo du sagst, es war für mich am allerwichtigsten, dass ich da in der finalen Runde nochmal aufholen konnte oder so. Kannst du das so festmachen, was da für dich so das Wichtigste war? Das ist sehr schwer. Also ich finde es sehr schwer, weil ich hatte ja das Riesenglück, dass ich sehr erfolgreich war und viele dieser wunderbaren Momente hatte. Und ich habe mir ganz oft Träume erfüllen dürfen. Also es war für mich ein Riesenmoment, als ich zum ersten Mal Weltmeisterin geworden bin in Antolz, wo ich so völlig unbedarft und jung und ohne große Ziele eigentlich hingegangen bin. Also das war ja im Endeffekt der Türöffner für alles. Also da ist, man sagt, also viele sagen immer, da ist mein Stern aufgegangen, aber es ist irgendwo schon so. Ich habe mich dann von heute auf morgen etabliert in der Nationalmannschaft. Ja, also das war für mich sicher einer der bedeutendsten Momente. Natürlich olympische Spiele, die zwei Goldmedaillen, das war mein Lebenstraum. Also das wollte ich immer erreichen, dass ich das geschafft habe, bei meinen allerersten olympischen Spielen und auch meinen einzigen. War so ein zweiter riesengroßer Traum. Und noch dazu, in meinem allerletzten Jahr auch Weltmeisterin zu werden, in Bayern, in Ruppoldingen, bei meiner halben Weltmeisterschaft, bei meiner allerletzten, wo ich mir auch einfach vorgenommen hatte, da nochmal so richtig zu performen und mich da positiv zu verabschieden, dass ich das alles geschafft habe, muss man vielleicht als großes Ganze sehen. Ich kann da gar nichts herausstellen. Es waren alles Teile, die zu dieser Karriere dazugehört haben und zu mir und die ich irgendwo gleichstellen muss. Also ich kann da gar keins herausheben. Und alles hat mich natürlich geprägt. Jeder einzelne Wettkampf hat mich geprägt. Jede einzelne Situation, auch jede Niederlage prägt mich. Also es ist ein Weg. Genau, auf die Niederlagen würde ich auch gerne noch kurz eingehen, wenn es mal nicht so lief. Wie bist du da wieder rausgekommen? Gab es so einen richtigen Tiefpunkt, wo du gesagt hast, auch überlegt hast, da schon früher die Karriere zu beenden oder kam es nie so weit? Also so weit kam es tatsächlich nie, weil es waren bei mir eher so kleine Tiefpunkte. Es ist ja immer unterschiedlich, was so nach außen auffällt oder was man selber als Tiefpunkt erlebt. Das passt ja nicht immer unbedingt so zusammen. Aber ich hatte 2009, das Jahr vor den Olympischen Spielen, so ein Jahr, wo man sagen kann, ja, das war eher schon so ein Durchhängerjahr. Ich bin da nicht Weltmeisterin geworden. Es war das einzige Jahr in meiner Karriere, wo ich keinen Weltmeistertitel erreicht habe. Und da habe ich auch gemerkt, dass sich irgendwie mit meiner Einstellung so ein bisschen was verändert hatte. Ich hatte so einen Durchhänger, auch was meine Motivation anging. Das war mir aber nicht so bewusst. Und mein Mentaltrainer hat dann zu mir gesagt, dass er spürt, dass ich gar nicht gewinnen will, dass ich gar keine Lust darauf habe, irgendwie da vorne zu stehen. Und ich habe für mich erkennen müssen, dass es mir zu anstrengend geworden war. Also nicht das Gewinnen als solches, der Sport, sondern das Drumherum war mir so zu anstrengend geworden. Ich habe gemerkt, dass ich immer die Letzte im Hotel bin, dass ich immer am meisten Fragen gestellt bekomme, dass ich halt immer irgendwie am meisten gefragt bin. und das ist vielleicht schön auf der einen Seite, aber es hat mir auch viel Energie genommen. Und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich das, was ich tatsächlich machen will, dieses Sport, nicht mehr diesen Stellenwert haben kann, weil so viel drumherum passiert. Und es war aber ein ganz wichtiger Punkt für mich, gerade weil es das Jahr vor den Olympischen Spielen war, um zu erkennen, ich muss mit meinem Mindset einfach wieder so ein bisschen eine kleine Veränderung schaffen und auch meine Entstellung zu den Dingen wieder schaffen. Und da habe ich das Thema Wertschätzung und Dankbarkeit nochmal ganz intensiv für mich angegangen, weil ich gesehen habe, hey, ja natürlich ist es anstrengend, auch Interviews zu geben, auch mehr als die anderen, aber es ist auch eine Riesenwertschätzung der Öffentlichkeit und es ist ein Riesenprivileg, dass ich das so machen darf. Und ich glaube, das war ganz wichtig und entscheidend, damit ich dann bei den Olympischen Spielen im Jahr darauf so erfolgreich sein konnte, weil ich einfach meine komplette Einstellung nochmal neu geresettet habe, nochmal neu mich aufgestellt habe, auch mental, und da habe ich einen Riesensprung gemacht. Und das zeigt wieder, wie wichtig diese Phasen sind in unserem Leben, dass man auch mal diese Durchhänger hat. Ich meine, der war jetzt bei mir nicht riesig und ich hatte auch Durchhänger, wo ich sehr erfolgreich war, wo es mir nicht gut ging. Aber es macht was mit einem und ich glaube, sie sind sehr, sehr wichtig, wenn man was daraus macht. Das ist, glaube ich, der wichtige Zusatz. Jetzt hast du ja was gemacht, was recht wenige machen, nämlich mit 25 schon deine Karriere beendet, eigentlich am Zenit. Wie ist denn diese Entscheidung gefallen? Also fiel die wirklich in dem Jahr kurz vorher oder war das so was länger geplantes? Das war eher was Längeres. Also ich habe bei den Olympischen Spielen 2010 zum ersten Mal gemerkt, dass sich irgendwas verändert hat. Das war so danach, als ich dann nach Hause war und so angefangen habe, mich wieder fürs Training zu motivieren, habe ich gemerkt, irgendwas ist anders und das war ein Prozess. Also es war jetzt nicht so was von heute auf morgen, wo ich gesagt habe, so das ist jetzt so der Weg und ich höre auf mit 25, sondern ich habe einfach gemerkt, dass ich mich zum ersten Mal mit dem Aufhören beschäftige, dass ich auch gemerkt habe, Olympische Spiele einmal, aber nicht nochmal. Das war auch für mich relativ schnell klar und dann habe ich auch so ein bisschen gebraucht, um mich wieder zu motivieren für kommende Ziele und dann habe ich das Ziel gefunden, Heimweltmeisterschaft Ruppholding. Ich habe aber auch in dem Moment gewusst, es wird mein letzter großer Auftritt sein und danach werde ich mich verabschieden. Also dieser Prozess ging so über zwei Jahre und hat sich immer mehr gefestigt und irgendwann war es einfach klar und das war in erster Linie, glaube ich, eine Bauch- und Herzensentscheidung, also keine Entscheidung, die man so gut erklären kann oder wo man sagt, das war aus dem und dem Grund. Es hat sich sehr richtig angefühlt und es fühlt sich auch heute noch sehr richtig an. Das heißt, da ist auch nicht so ein Gefühl von Leere entstanden, weil wenn man natürlich von außen drauf schaut, denkt man eben, dass dieser Sport hat dein ganzes Leben bestimmt und dann plötzlich ist es nicht mehr da. Also hattest du dir vorher schon überlegt, wie du eben dann diesen neuen Raum auch füllen willst oder hast du es einfach mal so kommen lassen? Nein, überhaupt nicht und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich hatte dieses Gespräch mit meinem Mentaltrainer, also als ich mich entschieden hatte, aufzuhören, und das war ja schon einige Zeit vorher, hat er zu mir gesagt, wir müssen jetzt einen Plan machen. Wir müssen jetzt gucken, was kommt danach. Und das ist, glaube ich, genau dieser Unterschied, den es macht zwischen den Leuten, die dann ins normale Leben übergehen und da gut zurechtkommen oder denen, die ins tiefe Loch fallen. Ich glaube, es ist nicht der richtige Weg, zu sagen, naja, jetzt mache ich das mal bis zum letzten Tag und dann gucke ich mal, was kommt. Ich glaube, das geht nach hinten los. Ich glaube, man muss sich einen Plan machen. Das ist nicht nur im Sport so, das ist im normalen Leben auch so. Man sollte immer so ein bisschen wissen, wo will ich denn hin, was sind meine kurzfristigen und langfristigen Ziele und da haben wir uns dann ganz viel aufgeschrieben. Ich habe mir überlegt, was kann ich denn, was könnte ich denn so machen, was würde mir Spaß machen. Hier habe ich alles aufgeschrieben. Ich habe so Mindmap mit ganz verschiedenen Wegen und Optionen. Das war auch immer so ein wichtiger Leitspruch. Es gibt nicht nur den einen richtigen Weg im Leben. Es gibt immer mindestens fünf Optionen und man muss sie halt finden, man muss es sich überlegen, man muss es sich vielleicht am besten aufschreiben. Ich kann sagen, am Ende kam es ganz anders, aber es ist auch egal, weil ich hatte ja trotzdem Pläne und ich war auch offen für alles, was passiert und ich habe es auch einfach genossen, mal keine Verpflichtung zu haben, zumindest nicht so wie vorher. Natürlich hatte ich Gott sei Dank glücklicherweise immer noch meine Werbepartner, mit denen ich zusammenarbeiten durfte und auch heute noch arbeiten darf, was dann auch wieder einen sehr großen Teil meines Lebens eingenommen hat, aber ich durfte auch andere Dinge ausprobieren und ich hatte einfach mal Zeit, zu Hause zu sein. Ich konnte mit meinen Freunden mal im Sommer oder im Winter was ausmachen und ich konnte meinen Geburtstag zu Hause feiern. Ich habe im Februar und da war ich eigentlich die 16 Jahre lang mehr oder weniger gar nicht zu Hause. Also sowas habe ich dann einfach auch mal zelebriert und einfach die Normalität zu haben und auch mal nicht nachdenken zu müssen, ob man eine Stunde früher oder später ins Bett geht. Das war gut für mich und es ist gut, einen Plan zu haben, definitiv, egal, ob man dann auch so eintritt oder nicht. Das heißt, wir sind heute angelangt sozusagen. Ja. Es ist herausgekommen, du bist ein sehr zielstrebiger Mensch. Auch jetzt setzt du dir weiterhin Ziele. Wie sieht es denn aus mit dem Druck? Brauchst du tatsächlich auch ein Stück weit so einen Leistungsdruck? Machst du den jetzt selbst oder ist das was, wo du sagst, nee, das ist irgendwie mit meiner Sportlerkarriere abgehakt und da kann ich irgendwie ein bisschen lockerer auch viele Dinge angehen? Ja und nein, aber ich brauche tatsächlich, das stelle ich immer mal wieder fest oder habe ich jetzt vor kurzem festgestellt, ich brauche manchmal ein bisschen Druck für manche Dinge. Von daher, glaube ich, ist da schon ein bisschen was übrig vom Sportler und ich weiß auch, dass ich unter Druck sehr gut funktionieren kann. Also, dass ich da dann nicht kaputt gehe, sondern dass es für mich eher dann so ein Schub ist, so ein Power und manchmal weiß ich, dass ich unterbewusst diese Dinge so lang hinaus zögere, weil ich dann warte, diesen Druck zu haben. Das ist vielleicht ein bisschen absurd, aber das funktioniert dann am besten, wobei ich, glaube ich, trotzdem immer noch so auf Nummer sicher gehe. Also, ich würde jetzt nie so am Abend vorher dann so fertig machen. Das kann ich auch nicht. Du hast ja auch die Stiftung Peak Performer mitgegründet und bist Schirmherrin. Da ist ja das Ziel, mehr Freude am Leisten den Kindern zu vermitteln. Was verstehst du denn da unter Leistungsvermittlung oder findest du, den Kindern fehlt da heute was? Was versucht ihr da weiterzugeben? Also, das will ich mir jetzt gar nicht anmaßen, zu beurteilen, ob das den Kindern fehlt. Alter, ich glaube, es ist was Schönes, wenn man es haben darf und wenn man es für sich entdeckt. Also, ich habe vorhin ja schon davon erzählt, welche Freude ich als Kind schon an diesem Sport hatte und dass es für mich nie bedeutet hat, ich muss in ein Training gehen oder es ist für mich anstrengend. Also, ich habe das als Kind nie anstrengend empfunden, obwohl ich ja schon sehr, sehr viel trainiert habe und auch oft über meine Grenzen wahrscheinlich gegangen bin und ich kann mich schon erinnern, dass auch Trainingseinheiten dabei waren, die extrem hart waren und trotzdem hat es mir nicht so viel ausgemacht und ich glaube, das ist was Schönes, wenn man das erleben darf, dass man etwas für sich findet, was einem so viel Spaß macht, dass es einem auch nicht anstrengend ist und da wollen wir eben Kinder und Jugendliche so ein bisschen abholen, weil wir das Gefühl hatten, es geht vielleicht sogar ein bisschen verloren. Dieser Leistungsbegriff hat so ein negatives Image bekommen, nicht überfordern und ich meine, ich bin selber Resilienztrainerin, also das Letzte, was ich möchte, ist jemanden überfordern oder stressen, aber ich glaube, manchmal ist es auch gut, aus seiner Komfortzone rauszutreten, Dinge auszuprobieren, sich mal was zu trauen, mutig zu sein, neugierig zu sein und das ist eigentlich das, was wir den Kindern vermitteln wollen. Also es steht so diese Freude am Leisten als Überschrift, aber ob Leisten da so der richtige Begriff ist, jein, also ich glaube, viele verstehen unter Leisten nicht das, was wir unter Leisten verstehen, wir verstehen darunter, was Schönes. Ich glaube, es geht eher darum, zu motivieren und zu inspirieren. Das ist so unsere Aufgabe und ich glaube, wir haben da auch schon ein paar Kinder erreicht damit. Siehst du das dann auch für euer Familienleben so? Also gibst du so einen Teil, was du aus dem Spitzensport erfahren hast, an deine Kinder weiter, an gewissen Werten? Ich denke schon, ich glaube ziemlich viel. Also jeder tickt natürlich so, wie er tickt, aber ich versuche mich da auch immer zu reflektieren und immer zu gucken, wie mache ich das eigentlich mit meinen eigenen Kindern? Wobei ich tatsächlich mit meinem Mann darüber jetzt erst eine kleine Diskussion hatte, weil da ging es um ja Verweichlichen. Also es gab eine Situation, wo sich unser Sohn wehgetan hat und ich halt gesagt habe, also ich habe ihn halt in den Arm genommen, habe ihn getröstet und habe halt versucht, empathisch zu sein. Mein Mann war der Meinung, ich soll ihn da nicht so verhätscheln, weil es gehört halt auch zum Leben dazu, dass man hinfällt und dass man sich lebt. Und da haben wir dann echt so eine Grundsatzdiskussion geführt, weil ich gesagt habe, ja, definitiv gehört das zum Leben dazu, aber ich möchte halt auch keine unempathischen Kinder haben, die sagen, na komm, ich gehe über meinen Schmerz hindurch. Also es gibt auch diese Glaubenssätze, sei stark, zeig keine Gefühle und das will ich eben nicht für meine Kinder. Und ich glaube, diese Diskussion brauchen wir ja auch. Das ist ja auch dieses Spannende, herauszufinden, wo ist da der gute Mittelweg. Es ist nicht so, der eine Weg richtig oder der andere, aber ich glaube schon, dass wir vielleicht den Kindern auch manchmal etwas zumuten dürfen. Da hat mein Mann, glaube ich, auch recht. Ich habe mich da auch ein bisschen selbst reflektieren müssen, habe mir gedacht, naja, für mich war das auch nicht immer einfach im Sport, aber es hat mich weitergebracht. Und ich bin schon so, ich lasse die Kinder ziemlich viel machen, viele Erfahrungen auch selbst machen. Ich versuche, sie sehr selbstständig zu erziehen, also dass sie sich, ja, auch um ihre schulischen Dinge kümmern müssen. Also ich frage nicht zehnmal nach wegen Hausaufgaben. Ich frage, ob Hausaufgaben, also ob welche zu machen sind. Ich versuche, dass es die Kinder dann selbstständig machen und wenn sie es nicht machen, müssen sie auch die Verantwortung dafür tragen. Also da nehme ich mich auch so ein bisschen zurück, bin aber auch jederzeit da, wenn sie die Unterstützung brauchen. Definitiv. Und ich glaube, dass bei uns schon im Alltag vieles, auch wenn es mir vielleicht nicht bewusst ist, aus dem Sport irgendwie mit einfließt und auch von den Werten, die ich einfach wichtig finde und einfach vertrete, ja. Jetzt fallen wir uns hier schon ins Wort. Christina hat da Luft geholt. Ja, bitte. Ich wollte nur noch mal, weil das vorhin ja anklang, das heißt, du würdest schon sagen, du würdest es auf jeden Fall unterstützen, wenn jetzt eines deiner Kinder sagt, es will auf jeden Fall auch Karriere im Leistungssport machen. oder würdest du dann erst mal sagen, ja, jetzt warten wir mal ab und gucken noch. Also würdest du dann die Schattenseiten da auch noch mal verdeutlichen oder ist das was, wo du einfach sagst, da sind wir so ausgeglichen unterwegs? Ich würde mich da zurückhalten. Also ich weiß, dass es Schattenseiten hat, aber ich glaube, ja, also jeder Beruf und alles, was man im Leben so tut, hat für und wieder. und mir, das Wichtigste für mich persönlich wäre, dass meine Kinder etwas finden, worin sie aufgehen und was sie lieben. Es ist mir vollkommen egal, was das ist, ob das Sport ist, Kunst, ob das etwas ist, wo man denkt, das wäre vernünftig oder nicht vernünftig. Da habe ich mich, da mache ich mich komplett frei, weil ich diese eigene Erfahrung gemacht habe. Ich glaube, viele Menschen fanden es nicht sehr vernünftig, dass ich Sportlerin geworden bin. Also gerade, glaube ich, viele meiner Lehrer fanden das nicht so sehr vernünftig. Meine Eltern waren da 100 Prozent hinter mir, definitiv und viele um mich herum natürlich, aber da bin ich echt frei, weil ich denke, wenn meine Kinder glücklich sind, das ist für mich das größte Gut und das größte Geschenk, wenn sie irgendwas finden, was zu ihnen passt. Vollkommen egal, was es ist und ich glaube, es ist ja auch nicht mehr so wie früher, dass man in einen Beruf geht und diesen Beruf 45 Jahre lang macht. Mein Papa ist vor 45 Jahren in die Bank gegangen, der wollte immer Schreiner werden und er ist jetzt am 1. Dezember vergangenen Jahres in ein altes Teilzeit gegangen, war auch, er hat diese Zeit in der Bank, das war okay, das hat er auch sehr gut gemacht und gewissenhaft, aber ich glaube, er wäre immer gerne Schreiner geworden und ich habe dann oft zu ihm gesagt, warum hast du nicht einfach zwischendurch nochmal was anderes gemacht? Aber das ist für diese Generation eigentlich nicht denkbar gewesen und das ist ja heute nicht mehr so. Ich meine, man sollte nicht den Beruf wechseln wie die Socken, also das ist, glaube ich, auch nicht der richtige Weg. Man sollte schon bei den Dingen bleiben und auch mal dranbleiben, das ist auch wichtig, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Problem, das wir heute haben, dass viele sagen, ach, ist mir jetzt anstrengend, mache ich was Neues, aber ich finde, es spricht auch trotzdem nichts dagegen, mal ein paar Dinge auszuprobieren und da würde ich meine Kinder tausend Prozent unterstützen. Das kann ich nur bestätigen, ich war davor nämlich Lehrerin und dann haben auch viele gesagt, wie kann man jetzt so einen Beamtenstatus aufgeben, aber es war genau richtig, also deswegen kann ich nur bestärken. Ich habe auch meinen Beamtenstatus aufgegeben, als ich aufgehört habe. Stimmt, ja. Aber mir geht es super gut. Ja, so ist es. So ist es, ja. Also ich finde, es ist ja immer gut, Wissen zu haben und Wissen aus verschiedenen Bereichen, also es ist doch ein Riesengeschenk, wenn man das hat. Ja, das stimmt. Was würdest du jetzt abschließend sagen, wir haben ja, so unser Thema ist immer Lernen, ein lebenslanges Lernen und ebenso die Learnings aus den eigenen Lebensstationen. Was waren für dich so die wichtigsten Learnings jetzt aus deiner Karriere, aber auch aus dem, was du danach schon erfahren hast? Tatsächlich waren die wichtigsten Learnings die tiefsten Tiefpunkte. Das waren die wichtigsten Learnings. Da hatte ich schon ein paar, ehrlich gesagt. Also ich hatte zweimal echt einen schlimmen Burnout als Sportlerin einmal und danach auch nochmal. Und ich habe da gelernt, wie wichtig es ist, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und nicht immer darauf zu hören, was andere für einen gut finden, weil das eigentlich die Dinge waren im Nachhinein gesehen, die mir immer meisten Kraft genommen haben. Aber es hat mich dazu gebracht, dass ich jetzt da bin, wo ich bin, dass ich ein super selbstbestimmtes Leben führe, extrem glücklich bin damit, Dinge mache, mich traue, mutig bin, neugierig bin und deswegen glaube ich, also ich wünsche niemandem, dass es jemandem total schlecht geht, aber ich glaube, gerade aus den Momenten, die vielleicht nicht so ganz gut sind im Leben, kann man extrem viel schöpfen. aber man muss es tun, also es wird einem nicht geschenkt, man muss selber es erkennen und muss dann sagen, so, daraus mache ich jetzt was und genau das bringt mich jetzt weiter im Leben und ich glaube, wenn man diese Einstellung hat, dann wird man ein Leben lang lernen, dann wird immer wieder, werden immer wieder neue Dinge passieren, die positiv sind, weil man immer wieder aufsteht, wenn es einem vielleicht mal gerade nicht so gut geht. ich glaube, das sind die wichtigsten Learnings oder wie würdet ihr das beurteilen als Expertin? Was tatsächlich bei all diesen Lernreisen rauskommt, ist das Lernen aus Niederlagen, das kommt immer wieder, es müssen ja nicht immer ganz tiefe Niederlagen sein, aber auch irgendwie Eckpunkte, an denen man merkt, ich mache gerade nicht das Richtige, ich muss mich umorientieren, ich werde so von außen eben auch gezwungen, nachzudenken und tatsächlich auch das, was du vorher gesagt hast, was zu finden, was man wirklich liebt, was Spaß macht, das heißt ja nicht, dass die Aufgabe immer zu jeder Sekunde sinnerfüllend ist, aber im Großen und Ganzen muss es eben was sein, was einen auch dann motiviert. Also das finde ich auch sehr spannend, diesen Lernreisen, weil es doch so wiederkehrende Momente und Elemente gibt. Das ist sehr spannend. Insofern kann ich eigentlich nur sagen, vielen Dank, dass du uns auch mitgenommen hast auf deine Reise und Einblicke gegeben hast. Gut, also vielen, vielen Dank nochmal. Vielen, vielen Dank. Aus Niederlagen oder zumindest aus schwächeren Phasen zu lernen ist, glaube ich, etwas, was viele bestätigen können in ihrem Leben, dass das immer eine große Herausforderung ist, aber im Rückblick eben dann auch einfach eine Phase, aus der man am meisten zieht. Ist es sowas, wo du sagen würdest, du hast ja jetzt schon die größere Erfahrung mit unserem Format Lernreise, ich glaube acht hast du inzwischen, acht Gespräche schon geführt. Ist das was, wo du Parallelen ziehen kannst? Ja, auf jeden Fall. Also wie du schon sagst, das kommt nicht nur im Leistungssport vor, sondern natürlich lernen irgendwie alle, das kennen wir wahrscheinlich auch alle im Kleinen, aus Niederlagen, wenn mal was nicht so läuft, dann überlegt man, wie könnte ich es anders machen, woran lag das, muss mich irgendwie umorientieren. Also es gibt ja manchmal den Anstoß, dann was Neues zu probieren. Aber es ist mir schon aufgefallen, wir hatten ja schon eine Lernreise mit Nies Petersen, dem Ex-Bundesligaspieler des SC Freiburg, zwar leider noch kein Podcast, aber eben im Printmagazin. Und da ist mir schon aufgefallen, dass im Leistungssport natürlich dieses gedrängte Niederlagen, Siege immer in Konkurrenz und im Wettkampf mit anderen, ob man es eben jetzt als Einzelsportender ist oder im Team viel, viel höher ist. Das heißt auch, die mentale Herausforderung, damit umzugehen. Und darum haben ja auch viele Unterstützung durch Mentalcoaches oder externe Coaches überhaupt und lernen dann, damit umzugehen. Aber es geht nicht nur um Niederlagen in der Lernreise, sondern auch darum, das bestätigen ja viele, sie müssen irgendwie Freude und Sinn daran finden, in dem, was sie machen. Dann haben sie auch die Motivation und diese letzten Körner, wie man es bei der Magdalena auf der Piste gesehen hat, nochmal alles zu geben. Ja, wie du eben schon gesagt hast, im Leistungssport findet man natürlich extremer, also wie sie ja auch berichtet hat, dass sie über ihre eigene Schmerzgrenze hinausgegangen ist. Und genauso extrem merkt man aber immer noch ihre Leidenschaft für den Sport. Und jetzt ist schon wieder so eine bombastische Überleitung im Kopf. Wir können jetzt einfach sagen, so leidenschaftlich, wie sie auf der Piste war, gehen wir jetzt in den Checkout. Und wenn ihr bessere Ideen für Überleitungen habt, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Ich wäre euch sehr dankbar. Aber wir machen jetzt trotzdem unseren Checkout. Checkout. Was hat dich heute begeistert? Ja, ich habe jetzt wieder meinen kleinen Fan-Moment. Ich habe das ja schon bei dem letzten Podcast mit Magdalena Neuner gesagt. Ich habe fast alle ihre Rennen gesehen und das war jetzt so cool für mich. Das muss ich jetzt einfach mal genau so platt sagen, dass ich ihr die Fragen stellen konnte, die ich immer im Kopf hatte beim Schauen. Sowas wie eben, was geht es den Athleten da durch den Kopf, wenn die Konkurrenz nebendran steht beim letzten Stehenschießen? Oder wie schafft man es, auf der letzten Runde nochmal alles zu geben? Weil als Zuschauerin saß ich immer davor und habe Daumen gedrückt und gesagt, ja, das wird noch, das wird noch nochmal alles geben und habe da angefeuert vorm TV. Und das jetzt nochmal so wirklich real zu hören, was da in dem Moment irgendwie auch in ihrem Kopf passiert ist und wie sie das so alles geschafft hat, das fand ich schon sehr, sehr schön. Ich musste meine Begeisterung fast schon zurückhalten, weil ich gemerkt habe, dass ja doch Eltern immer wieder an den gleichen Herausforderungen knapsen, nämlich sie auch. Allein schon die Stelle, wo sie gesagt hat, dass sie immer überlegt, wenn jetzt ihr Kind hingefallen ist, sofort hinrennen, empathisch sein oder da muss es jetzt durch Zähne zusammenbeißen. Ich wäre fast drauf eingestiegen auf den Mama Talk, aber wie gesagt, ich habe mich noch zurückgehalten. Aber es war eben toll zu sehen, wie sie sich auch da geöffnet hat und gezeigt hat, welche Werte aus ihrem Sportlerleben sie jetzt eben auch in ihre Erziehung ein Stück weit einfließen lässt. So und eine dritte bombastische Überleitung ersparen wir euch jetzt. Wir sagen einfach, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann lest doch gerne in unser Magazin rein, schaut auf unsere Online-Plattform neues-lern.org oder auf LinkedIn. Oder nutzt einfach unsere App, in der ihr alles zusammengebündelt wiederfindet. Insofern, bleibt uns nur noch zu sagen, bleibt gesund, macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Neues Lernen Der Podcast Corporate Learning Weitergedacht mit Christina Enderle-Da-Silver und Julia Senner Das sind ja auch schon gut. Vielen Dank. Das ist ja auch schon. Das ist ja auch schon. Das ist ja auch schon. Wir finden als Herz-Lernen